Dann wollen wir mal los. Tiefer retten. Damit haben wir nämlich letztes Mal aufgehört. Wir wollten eigentlich zurück in die Slums, sind dann tiefer begegnet, die in der Kutsche unterwegs war. Und wurden jetzt überredet, dass wir doch Tieferbisse helfen sollen. Und danke, SilverZoo, für dein Twitch Prime Abo. Direkt zum Start. Notification ist übrigens aus heute, weil ich das ja über das andere Tool mache. Und da sind die Notification leider für den Stream deaktiviert. Ich dachte, die wäre nackt auf dem Poster. Ich musste erst mal schauen. Au. Da ist die Kutsche. Weißt du vielleicht, wo die junge Frau ist, die in dieser Kutsche war? Ach, ich habe keine Zeit, um Frage und Antwort mit euch zu spielen. Kein Kunde, kein Service. Wir haben noch weniger Zeit. Willst du es drauf anlegen, was? Was ist hier los? Seid ihr neu in der Stadt? Macht mir bloß keinen Ärger. Wir suchen die junge Frau, die mit dieser Chocobo-Kutsche gefahren ist. Mhm. Und wollt ihr mir auch verraten, warum ihr diese Frau sucht? Wer wollen sie befre... Weil er sich total in sie verknallt hat. Darum. Hä? Na, wenn das kein ernstzunehmender Notfall ist. Allerdings fahren wir verdammt viele Leute durch die Gegend. Kannst du sie mir genauer beschreiben? Genauer? Vom Chocobo-Sam. Sie führt eine beliebte Bar. Cloud, das tut jetzt nichts zur Sache. Du redest doch nicht etwa von Tifa? Genau. Oh je. Da hat es anscheinend noch jemanden schwer erwischt. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Tifa wirst du eine ganze Weile nicht mehr wiedersehen. Warum das? Weil sie was Besonderes hat. Deshalb wurde sie zur Brautschau in Don Corneos Villa eingeladen. Eine Brautschau? So nennt Corneo es, wenn er sich eine neue Gespielin sucht. Und Tifa wird seinen Geschmack sicher voll treffen. Als ein langjähriger Vertrauter kenne ich seine Vorlieben nur zu gut. Du wirst dich darauf einstellen müssen, dass sie die Villa so schnell nicht mehr verlässt. Im schlimmsten Fall sogar nie wieder. Und wo ist diese Villa, wenn ich fragen darf? Hey, warte mal. Führst du etwa irgendetwas im Schilde? Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Lasst mich da bloß raus. Fort mit euch! Ach, so ein netter Typ. Chocobo Sam. Hey, Grünschnabel. Dieses Paket musst du nicht kontrollieren. Aber das ist doch für Don Corneo. Gerade deshalb ja, du Dusche. Hey, ist was? Chch, ab, ab. Ich glaube, den Wallmarkt konnte man damals nicht in Sieben besuchen. Willkommen auf dem Wallmarkt. Hier wird gefeiert, geschlemmt, geschäkert, ohne nervige Sitten, Polizei. Natürlich haben wir auch was für Pärchen im Angebot. Oder war ja in Acht nicht mehr drin. Ich bin mir nicht sicher. Oder vergnügt euch getrennt. Oder sucht ihr vielleicht Arbeit? Der Wallmarkt wartet auf euch. Kein Bedarf. Gehen wir. Klar. Aber ich musste doch in Sieben hier hin. Eigentlich Glückskatze. Apotheke. Also der Chat sagt, man musste damals doch in Wallmarkt schon in Sieben. Also im normalen Siebener-Teil. Das hatten wir erledigt. Und sonst hat er, glaube ich, nichts mehr zu tun gehabt. Analyse zum Schock-Phänomen. Ach, das habe ich mal nicht geschafft. So, eins habe ich schon abgeschlossen. Oh, gegen Esper Schokomoppel. Als Ergebnis der Auswertung der gesammelten Daten. Die Bestie Midgast untersuchen. Das habe ich schon gemacht, weil ich immer gut analysiere. Analyse zum Zustand Vision. Den habe ich, der weggenommen zwischendurch. Erhöhe Schaden bei Gegnern im Schockzustand auf 200%. Mhm. Äh, Vision. Nach dem dicken Schokomoppel, der ist easy. Aber ich denke nicht, dass der schwer ist. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich konnte wieder neue Materien entwickeln. Hey, was willst du, Alkoholiker? Verbessert die Wirkung von im Kampf eingesetzten Gegenständen um einen Prozentualen Satz. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Schade hat gesagt, der ist einfach. Wenn der jetzt schwer ist, töte ich den Schade. Tatatatata. Hm. Wenn ich Yordepower noch nicht getroffen hätte hier, würde ich sagen, das ist Yordepower. Und Tschüss! Nichts überstürzt. Überlass das Buch! Überlass das Buch! Eine angenehm mollige S-Bar. Nachgebildet in einem virtuellen Raum. Es handelt sich um die Manifestation des legendären Schokoboss. Der Furchtbarkeit und Glück symbolisiert. Schokomoppel kommen in vielen beliebten Märchen vor. Hat aber keine Schwäche. Und los! Jetzt wird's echt! Du schaffst das schon! Jetzt wird's recht! Daumen gedrückt! Kupo! Ih, fettes Rollenvieh! Ein vom Schokomoppel beschworenes, mysteriöses Plüschtier. Es sieht aus wie ein bestimmtes Monster, das in Namen sechs Buchstaben lang ist. Was? Ich flieg los! Das war gemein! Mein Gott, hüpft der rum wie so'n Bekloppter. Der ist für dich! Hier! Oh! Hä? Genau her! Hä? Was? Naft um Sturmwarnung! Bleiben wir im Atmos! Flieg! Hup! Das sollte reichen! Kampfenwind! Flieg! Was? Was? Und los! Tja! Upsala! Zeit zu kämpfen! Bin dem Hund aus der Indraub getreten. Flieg nicht davon! Wunderschöne! Oh! Ich bin auf der Indraub getreten! Ja! Wie kann ich den Hund aus der Indraub getreten? Hup! Dann, wie kann ich den Hund aus der Indraub? Wunderschön! Der ist für dich! Was? Los geht's! Achtung, Sturmwarnung! Los! Platz! Tanz im Wind! Verdammt! Wer war zu schnell unterwegs? Bis bald! Nicht übertragen! Nö, Fertigkeit! Entstörungstheap! Nö, Fertigkeit! Entstörungstheap! Nö, Fertigkeit! Sollte leicht es! Tja! Verdammt! Nö, Fertigkeit! Nö! Es ist vorbei! Achtung! Au. Dieses Vieh ist echt eklig. Oh je. Oh je. Oh ne? Oh je. Oh je. Oh je. Limitfähigkeit. Ach, das ist eine Limitfähigkeit voll. Deshalb finde ich die nie. Ähm, so. Du machst nochmal Vita auf dich selbst. Flieg! Zack! Der ist für dich! Zack! Achtung, Sturmwarnung! Nicht gern! Und tschüss! Das tat wie ich! So was darf mir nicht passieren. Und hier ist die Limitfähigkeit. Jetzt wird abgerechnet! Jetzt oder nie! Und tschüss! Und tschüss! Geht doch. Was ist denn los mit mir los? Was das nicht? Mein Hund hat von Delaris sich das Stoff hier geschnappt und hat damit hier auf dem Boden rumgespielt. Was normalerweise hier auf dem Sideboard steht. Oh, da hat er sich verkrümelt. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Jeder darf so spielen, wie er mag. Alles ist leicht, wenn ich den Doppelschlag beziehungsweise die Magie-Geschichte mitnehme. Ist ja auch egal. Gehen wir erst mal weiter in der Stadt. Die Nacht ist noch junger. Klamotten shoppen ist einfach das Größte. Ich könnte nichts anderes tun. Willkommen. Bist du auf der Suche nach etwas Bestimmten? Ja, nach der Funktion, meine Weibchen-Begleiterin in Badeanzüge zu stecken. Heute habe ich mir eine honig-süße Belohnung verdient. Die Bienchen warten schon auf mich. Johnny. Das ist doch der Lava-Typ, den wir gerettet haben. Betreten oder nicht betreten? Das ist hier die Frage. Was für ein poetisches Dilemma. Kennst du dieses Gefühl? Schade. Aber hätte ich mir denken sollen, du siehst ja nicht gerade aus wie ein Poet. Und auch dein Gesicht spricht kaum ein Band. Bist wohl eher vom Typ gesunder Geist im gesunden Körper, was? Früchterlich. Hä? Was ist? Hast du eine Frage? Hast du Tifa gesehen? Tifa? Wer bist du, dass du diesen lieblichen Namen kennst? Soll das etwa heißen, dass Tifa hier ist? Warum? Warum? Kann es sein? Ist sie... Ist sie mir etwa gefolgt? Um mich davon abzuhalten, die Stadt zu verlassen? Oh. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Tifa! Tifa! Ich komme! Was war denn mit dem los? Ach nichts. Der ist immer so drauf. Verzeihung, mein Herr. Wir haben leider noch geschlossen. Tifa! Tifa! Da gibt's keine dicken Menschen. Na okay. Da kommt ein Dicker auf. 30 perfekte Bauchfrauen. Nein. Wann hast du das nächste Mal frei? Wollen wir nicht ausgehen? Ah, ich kenne mich. Diese Touristen sind wie eine Plage. Bald ist hier gar kein Platz mehr für uns. Boah, der Chef geht mir... Vorsicht! In diese Seitengassen sollte man sich nicht zu tief hineinwagen. Dort lungern mitunter finstere Gestalten herum. Was wollt ihr eigentlich in Zukunft machen? Oh nein! Hier muss ich später nochmal rein, wenn die nicht da sitzen. Ich wollte in den Materia-Shop hier oben mal rein. Falls da nicht zu viel... Ne, da war ich noch nicht drin. Ich habe noch keine Tür aufgemacht. Oh mein Gott! Glaubst du an Heilkristalle? Aber nichts Neues. Besten Dank! Das sind diese Läden, vor denen meine Mutter mich immer gewarnt hat. Schimpfen Sie sich zwei in der Wandlösung... Das war's. Wollten wir uns hier treffen? Oh! Vielleicht kaputt? Mhm. Weh. Ist nichts rausgekommen? Hm. Da muss wohl das Fließband gehakt haben. Absolut. Absolute Weltneuheit auf dem Wallmarkt. Ein vollautomatisierter Krämerladen. Nur die Werbung übernehme ich. Sing mir das Lied. Oh nein. Oh je. Ich hab mein Portemonnaie verloren. Der alte Waffenhändler war ein komischer Kauz. Aber ich mag den. Under the Routing-Pizza. Ne, Rotting-Pizza. Überall dieser Schrott. Was ich nicht alles dafür tun würde, einen Shinra-Tragter in die Hände zu bekommen. In mein Augen ist ein Niederland. War ist auch wieder so verwinkelt hier, ne? Wie hatte der das genannt? Der alte Waffenhändler hat ja komischer Kauz. Na, ihr zwei Süßen, wie sieht's aus? Habt ihr schon eine Bleibe für heut Nacht gefunden? Ich hätte da das perfekte Zimmer für euch, Turtel-Täubchen. Wie viel? Das fragst du? Bei Interesse helfe ich dir gerne weiter. Hm, hm, hm. Ich hab gehört, mein Sohn Johnny soll sich hier auf dem Wallmarkt rumtreiben. Hast du ihn gesehen? Ich bin extra gekommen, um ihm sein Lieblingskissen zu bringen. Sonst kriegt er auf seiner Reise ja kein Auge zu. Ein gesunder Geist wächst nur in einem gesunden Körper heran. Und für einen gesunden Körper braucht man mindestens acht Stunden Schlaf, eine harte Matratze und natürlich ein passendes Kissen. Ein Traum. Willkommen. Eine Pause gefällig. Herzlich willkommen. Nein, das heißt, tschüss. Tschüss. Oh je, wann bin ich denn eingeschlafen? Richtig schönes Motel, ey. Oh nein, warum hab ich Geizhals nur die billigste Absteige genommen? Das hatte ich mir anders vorgestellt. Diese Bruchbude geht ja gar nicht. Wie hattest du es dir denn vorgestellt? Naja, irgendwie so... Anders. So wie es im Prospekt war. Und nicht so wie es in der Realität ist. Tschüss. Hereinspaziert. Bei uns herrscht freie Platzwahl. Junge, Junge. Willst du etwa hier? Schau, gewohnt. Oh, wie schreckt doch so. Äh, vielleicht sollte ich mal meinem Questziel folgen. Jetzt hab ich mich ein bisschen umgeguckt. Obwohl hier vorne... Ach, da oben sieht auch noch so aus, wenn da was versteckt sein könnte. Ich denke mal, wir werden ja eh nochmal in der Stadt rumrennen müssen. Ja, die trinkst du ja auch nach dem Sport und nicht davor. Damit deine Muskeln das bekommen, was sie benötigen. Spreng die letzte Schranke. Warum gibt's hier keine... Stangentanzbar? Alles futsch. Aus und vorbei. Da spiel ich seit 40 Jahren. Ja, gerne doch. Guten Abend. Ich stehe bei Shinra Records unter Vertrag. Warte aber immer noch auf meinen ersten Hit. Ist mir in meiner siebenjährigen, dornenreichen Karriere nämlich leider noch nicht gelungen. Aber das soll sich mit diesem Song jetzt endlich ändern. Bitte sehr. The Midgar Blues. Das sagst du auch nur, solange du nicht hier vorhin musst. Ey! Komm endlich raus da! Ich hab mir den Sündenpool ein bisschen sündiger vorgestellt. Ach so, das ist von dem Automaten, der draußen ist. Da waren wir schon. Alle bei Soldat haben so'n schönes, großes, so'n großes Schwert. Ähm...